Ich bin Manu, willkommen hier im Biocampus. Ich arbeite seit etwa zwei Jahren hier in der Bio und in der Chemie und ich möchte euch gerne die verschiedenen neuen Grasteller vorstellen, weil mich die persönlich wirklich faszinieren und wie man sieht, alle werden einer Kraft ausgesetzt und faszinierend an dem Ganzen ist, dass das Gras unter einer Kraft aussetzt und jedes von diesen einzelnen Grashämmen wächst dann richtig in die Mitte. Wenn ich mich jetzt hier drin befinden würde und ganz aussen würde, dann bin ich hier im Karussell und fühle mich eigentlich herausgedrückt. Aber das Gras ist so genial, das versteht sich genau wie ich, das auszugleichen. Das Gras ist sozusagen schräg am Sitzen, wenn es weiter aussen sitzt, damit es die Kraft ausgleichen kann und wächst immer richtig in die Kreismitte. Nichts !